Und damit herzlich willkommen bei Führnüsse mit Dirk und Klaus. Dirk und Klaus sind wieder da. Zurück aus der Sommerpause. Zurück aus der Invalidenpause. Ja, der dumme Dirk hat nämlich sich die Plantafaszie schön dumm gezimmert. Ich glaube, irgendwo habe ich noch eine Plantafaszie rumstehen, die ich mir umtopfen muss. Das ist die schöne große Faszie an jedem von uns, die sich unter der Ferse von Hacke bis vorne zu den einzelnen Zehenknöchelgelenken zieht. Und die habe ich halt durch definitiv falsches Training an der Beinpresse mir so gereizt. Und danach dann halt noch in kleinen Urlaub zwischen den Jahren durchwandern, dass ich nicht mehr auftreten konnte. Falsches Training an der Beinpresse, dass ich den Satz nochmal höre. Ja, mein Physiotherapeut, Grüße, der auch, beziehungsweise der heißt Sebastian. Sebastian, Klaus, wischte ich gerade in den Schweiß von der Stirn. Und der hat halt bei der, ich sag mal, Anamnese ein bisschen was mitgeschrieben und war dann am Anfang, als er schon den Überweisungssettel vom, was war das, Chirurg gelesen hat, hat er schon angefangen, so gleich den Kopf zu schütteln, die Augen zu schließen. Was denn? Also wenn da Plantafascien oder Plantafasciitis heißt das dann steht, dann heißt das ja nicht gleich, dass ich dumm bin. Nee, aber dass sie dumm sind, ist ein sehr sicherer Hinweis darauf. Ja, Sebastian, wir duzen los und meinte von wegen, ja, ich bin jetzt auf die Geschichte gespannt und dann habe ich Ihnen das erzählt, dass ich halt die Beinpresse mal so ein bisschen fast Maximalgewicht belastet habe, was ja okay ist, habe ich ja ausgehalten. Bloß dann, habe ich gedacht, die kann man ja auch nutzen, steht auch drauf, wenn man halt die halbe Presse beziehungsweise halben Trittbereich sich beziehungsweise den Fuß nur zur Hälfte auf den Trittbereich befindet und der Haken, also die untere Fußhälfte außerhalb und dann mit ausgestreckten Beinen nur die Füße nach vorne presst, somit halt nur die Wadenmuskulatur dadurch trainiert. Heel-Lifts heißt das, glaube ich, freistehend. Wahrscheinlich, genau, da kann man es ja ein bisschen geiler machen, also wenn man sich halt irgendwie festhält, dass man so ein bisschen eine gewichtige regulieren kann, also durchs Festhalten, durch die Verlagerung, wenn man mit dem Hintern tiefer geht, dass die Belastung stärker ist, das ist halt wie an einer Tür, wenn du halt auch die Bizeps Curls am Tür rein machst, dann kannst du ja auch damit ein bisschen spielen. So ähnlich habe ich es halt auch gemacht, bloß so habe ich, also ich habe halt noch nie das so schwer gemacht, hat funktioniert, hat schön in die Wade, ins Bein, in den Hintern reingezogen und danach gehe ich dann immer schön in die Sauna, was ich glücklicherweise dank einem Freund darf. Also der ist, wie soll ich das erzählen, also Jan, ich sage keinen Namen, Jan ist Direktor von dem Hotel und da kann man, oder darf ich, weil ich da mal unterrichtet habe, trainieren, als auch den Sauna-Bereich nutzen und das nach dem Training ist total geil. Also Hyper-Trainier. Hyper-Trainier hat dem Escort-Service darin unterrichtet, wie man sich subtil an der Hotelbar positioniert und auf einsame japanische Geschäftsleute wartet. Das stimmt, egal ob behaarte oder unbehaarte Beine, ich kriege sie alle. Ja, und deswegen habe ich vermutlich danach nicht richtig was mitgekriegt und dann danach auch, als ich in dem Urlaub war, habe ich sehr viel sauniert und da habe ich dann halt auch immer den Schmerz quasi ein bisschen unterbrochen, können ich mir vorstellen. Jedenfalls dann, als ich zu Hause war, also als der erste Tag war, als ich nicht sauniert habe, sonst was, da habe ich gedacht, der Fuß fällt ab. Und ja, da meinte jetzt gerade der Physiotherapeut meines Vertrauens, bist auch ganz schön dumm. Und als die Geschichte mehr gehört hat, meinte er, oh, ich mache nochmal ein ganz langes H zwischen dem U und noch ein H, weil das ist richtig dumm. Ja, und da haben Klaus und ich vorhin auch festgestellt, als wir mal wieder in Suhl einen blöden Einkauf gemacht haben, dass die meisten Verletzungen, die wir davon tragen, echt irgendwie Sportverletzungen sind und meist auch dumm. Ja gut, aber ich meine, das ist die Sache, mein alter Trainer, der pflegt immer zu sagen, entweder verletzt du dich halt beim Sport, noch während du jung bist, oder es kommt halt alles und holt dich so in den 60ern, 70ern ein. Ja gut, dann sind wir jetzt noch jung. Ja, naja, ich meine, das merkt man auch, das heilt halt alles nicht mehr so schnell, wie noch vor 10, 15 Jahren. Das ist halt auch wahrscheinlich ganz gut, weil vor 10, 15 Jahren hast du jetzt Verletzungen, wo man sagt, hallo, das ist ein Zeichen, mach so einen Scheiß nicht weiter. Und du machst am selben Tag noch weiter. Genau, wieso, das ging ja weg. Ich war so nie bei weg. Das ist so wie der Kater, der damals einfach so, ich weiß auch nicht, habe ich das erzählt, bei der IFA war eine von den Hostessen, die meint auch so, also ich weiß nicht, also ich kann trinken, wie ich will und ich habe nie einen Kater. Weil am Tisch gucken sie an, wie alt bist du, 22. Ja, keine Sorge, das wird ewig so bleiben. Ich weiß gar nicht, mein Vater, der heult immer rum. Ja, krass, ist die Geschichte, ja. Was wollte ich nicht sagen? Genau, und das Lustige ist, gerade sind wir Treppen hochgegangen, weil Klaus hat mich abgeholt, die Türöffner hier funktionieren einwandfrei nach der Renovierung des Hauses. Also die haben halt so den Sporteffekt jetzt herausgekitzelt als jeden. Ja, ich habe auch so einen Schrittzähler, den lege ich mir immer an, wenn ich Gäste abhole. Wie macht denn das hier der Kaiser, der Typ, der ganz oben wohnt? Nicht alle Klingeln funktionieren für alle Wohnungen nicht. Ach so, okay. Ach, die sind so von der Funktionalität ein bisschen nach Einkommen gestaffelt. Mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht. Jetzt funktioniert es ja hier auch eine Zeit lang, dann funktioniert es hier an der hinteren Tür nicht. Aber beim Kaiser funktioniert es generell? Der ist ja nie da. Ach stimmt, das ist ja nur so ein Entree in Berlin, falls er mal Gäste aus... Also ich weiß nicht, du kannst da rüber gucken, da brennt ja nicht immer Licht. Ja, so gut wie nie. Und wenn dann halt nur irgendwie in der linken Hälfte, hinten links, was sein Sohn hat oder was er erzählt hat? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie es ist. Also möchtest du in einer Wohnung schlafen, die nur für drei Millionen ausgebaut ist? Bäh. Ja, und das ist ja halt auch, der schläft vermutlich irgendwie im Bowling-Bahn-Zimmer oder so. Ja. Beziehungsweise ist ja gar nicht so groß für die Kohle. 127 Quadratmeter oder was das waren, ist jetzt für drei Millionen nicht die Mörder-Wohnfläche. Hm, nee, das sind schon, ich glaube, pro Flügel sind das, glaube ich, schon über 150. Echt? Ja. Also ich meine, wenn ich jetzt... Aber es ist trotzdem halt Mörder-Wohnfläche. Björns und meine Wohnung zusammenrechne, haben wir alleine... 140? ...165. Wie viel hast du? 75. Echt? Ich dachte jetzt, Björn hat ja eh nicht eine, aber die ist... Nee, Björn hat das Zimmer dazu, oder was? Genau. Oder einfach noch dieses Zimmer, noch größer. So eine mörderblöde Aufteilung. Ja, es ist nur das eine Zimmer, wo ihm das Bad ist in der Ecke. Da, wo Alu ausgeschlagen ist. Nee, so 165 hier. Das ist 40 ungefähr nochmal die Einzimmerwohnung, die dann geteilt ist. Und die vorne haben auch so 150, 160 die Wohnungen. Und vorne sind ja zwei große Wohnungen. Ja. Also, da bist du, glaube ich, schon bei über 150 pro Wohnung, selbst wenn du die zweigeteilt bist. Aber ja, gut. Trotzdem, der ist, also, ja, der ist beengt. Lustigerweise wollte ich gerade sagen, hab gerade Klaus gefragt, ob er halt einen Golfball hat oder was ähnliches. Weil das sollte ich halt zum Faschenrollen ein bisschen nutzen, weil ich halt was Kleines zu Hause nicht hab, beziehungsweise ich weiß nicht, wo es ist. Wahrscheinlich hab ich es halt auch irgendwo. Und dann meinte er, ein bisschen achtsamer das machen, nicht volle Kanne. Und dann hat mich Klaus in der Woche meinte, viel hilft viel. Und er meinte original, und den Spruch hier, viel hilft viel, den kannst du dir mal klemmen, ne? Und ich hab so gedacht. Ich glaube, mit dem Kollege muss ich mal ein Wörfchen wechseln. Ich hab gedacht, wie lustig, weil das ist halt, das ist total der Grund, wie wir halt unsere Verletzungen trainieren seit den letzten zehn Jahren. Ich weiß auch nicht, wir haben auch die Trainingslehre von Dr. Tim Wiese gehört. Ich meine, du in der Wand, als du angefangen hast mit Bowlen, hast du so lange trainiert, bis du halt so eine Gichtkrallen hattest, wo du merkst, von wegen, Alter, meine Finger gehen nicht mehr. Aber ich muss doch mal. Ah, komm, ja, der eine, der nicht so ganz anspruchsvoll ist für die Finger, freihändig. Und bis er sich dann irgendwann nur noch so einen komischen metallischen Vega-Krallen dann ranlegt, dass er nur noch mit dem Unterarm arbeiten muss. Oh, Vega. Das würde enorm viel Kraft sparen, weil du bist jetzt den Unterarm, beziehungsweise du brauchst ja nur noch, um zu ziehen. Also hast du ja gar nicht, der macht ja nichts eigentlich mehr. Hast du nur noch deine Vega-Krallen dran und die sind ja wohl länger als die lächerlichen Wolverine-Krallen. Das ist die eine Freundin von Maya, die auch öfter mitklettern kommt, die halt richtig gut ist. Die hat Vega-Krallen. Nee, aber die macht halt normalerweise Vorstiegsklettern, also wo du dich einhakst, wieder und wieder und wieder. Und die ist dann, wenn sie halt öfter mal einen guten Griff hat, auch an der schweren Strecke, dann hängt sie sich einmal kurz so aus und greift mit der freien Hand so runter, nur um so ein bisschen den Bewegungsradius zu testen, wie es halt ist, wenn du den Haken nimmst, raus, das sollte nur an einer Hand hängst, das sollte, wenn du einen guten Griff hast, den hältst und dann die freie Hand dazu nutzt. Ja, ja, ja. Dehnst du eigentlich Hand, Handgelenk oder sowas? Nee, tatsächlich nicht. Krass, also wenn ich das so machen würde wie du, ich glaube, ich hätte jetzt schon ganz krummeln. Schulter, ja. Aber du hast ja auch so eine, ich sag mal, Disposition, dass deine ganzen Seen halt einfach wie Gummi hängen. Nee, Unterarme und Hände sind tatsächlich, also tatsächlich irgendwann nicht mehr so schlimm. Irgendwann ist es eher die Haut auf den Händen, die deine Session beendet. Ich meine, aber wir sind ja schon mal in Ectetics oder in Tough Mudder gelaufen, da bist du umgeknickt, das wäre für mich dann Feiern für drei Monate und du meinst, aua, schüttelst das Bein aus und rennst weiter. Das kommt aber auch aufs Umknicken an, also irgendwann hat es mich mal hier auf der Treppe gerissen, da bin ich auf dem Spann gelandet, das war dann doch mal für eine Woche nicht so schön. Ansonsten ist es halt, ja, also, ich glaube, beim Fußballspielen hätte ich auch aufhören müssen, nachdem ich da im Wasser weggeknickt, ich glaube, weil ich im Wasser weggeknickt war, das war nämlich beim Ectetics, ich habe nicht gesehen, worauf ich trete und latsche im Wasser irgendwo in so ein Loch oder auf einen Stein oder so und deswegen ging das nicht, also deswegen bin ich halt weggeknickt. Ansonsten laufen ist in der Regel kein Problem, einfach, weil ich vorhersehen kann, wie jeder Schritt landet, beim Fußball ist halt so ein typisches Ding, wo es halt mal passiert. Und wie ist so deine Zeit vergangen jetzt in den letzten Tagen, im neuen Jahr, wie fühlt es sich an in den Zwanzigern, was ich ja letztens gelesen habe von wegen, wir sind nicht in den Zwanzigern, erst ab 2021 sind wir in den Zwanzigern. Das halte ich für mich. Bisschen was durcheinander gebracht. Ja, das Jahrtausend fängt erst 2001 an, also so rechnet man das, aber Zwanziger denominiert ja die Jahre, die eine Zwanzig vorne haben, wie auch die Zwanzig. What? Ja, unabhängig davon, ja, es gab kein Jahr 0, ja, meine Güte, es ist aber nicht so pedantisch, es gab auch keinen Juli und August, bis das eingeführt wurde, also da sollte man auch nicht so. Das heißt, das war ja dann von Jahreszeiten, war ja mal ganz bunt, wa? Nee, das waren zehn Monate, die hatten mehr Tage, dann gab es Ausgleichstage. Kann man ja auch machen, ne? Also ich meine, deswegen sind November und Dezember auch auf 11 und 12, obwohl es der, also Oktober, November, Dezember, obwohl es halt, nee, und September, der September fängt schon an. Da gab es noch die 88-Stunden-Woche. Ja. Ich glaube, da hat es, da konnte es sich als Sklave glücklich schätzen, bevor der geroianische Kalender eingeführt wurde, also weil der julianische Kalender ist der, in dem Juli und August hinzugefügt wurden, als Monate von Julius und Augustus, und deswegen sind die anderen verrückt worden und deswegen passen halt die Zahlen 7, 8, 9, 10 nicht mehr auf die Monate. Da habe ich ein schönes Meme gesehen, wo irgendjemand meinte, also wer auch immer dafür verantwortlich ist, sollte erstochen werden. Und irgendeiner meinte, ja, das waren Cäsar und Augustus, also gute Nachrichten sind erstochen worden. Ja, naja. Ja, und du, in den 20ern gut angekommen? Ja, bis auf die alte Feistos-Geschichte. Ja gut, aber es fing ja eigentlich schon in den letzten Jahren an. Ja, stimmt, habe ich mitgenommen. Zum ersten Mal wurde es mir richtig klar, als ich, dass wir jetzt beide angefangen haben, Dracula auf Netflix gesehen habe und da beim Da-Veröffentlichungsdatum 2020 stand. Was ist dir bewusst geworden? Achso, dass wir jetzt 2020 haben. Ja, weil ich habe es davor irgendwie selten irgendwie mal ausgeschrieben irgendwo gesehen und da dachte ich halt bei dem Veröffentlichungsdatum 2020 so, hm, abgefahrener Shit. Du hast da auch so Neigung und Abneigung zu Zahlen, oder? Also dass du sagst, manche gefallen mir mehr, manche weniger. Du hast doch mal erzählt, dass du diese Zahlen auch gerne in Farben siehst, diese, ja, die Fähigkeit sich dann vermutlich... Synesthesie, so eine Fähigkeit ist es nicht, dass es eher eine Neuronen-Krankheit, aber ja. Ich meine, aber hast du da nicht einen gewissen Vorteil, dass du dir entweder mehr Marken merken kannst, oder? Ja, man kann sich, man neigt zu besserem Gedächtnis damit. So, warum ist das eine Neuronen-Krankheit? Ja, weil... Du nimmst halt ein bisschen mehr. Weil deine Sinneswahrnehmungen sind halt auf Bahnen, auf so Nervenleitbahnen und die springen über von der einen zur anderen. Bedeutet? Das ist eigentlich gar nicht so gut, ähm, es ist sowas wie der fotische Niesreflex. Das heißt, äh, äh, du guckst in die Sonne und niesen. Du solltest ins Licht schauen und niesen. Was ist auch, das ist halt so ein Reiz, der zur anderen Nervenbahnen überspringt. 20% der Menschheit, oder wie war das? Ist das so? Weiß ich nicht. Ich glaub, das sind die Zungen-Nicht-Roller, die du meinst. Hm. Beziehungsweise die Dirk und Nicht sind beides Roller. Ja, aber es gibt doch die Doppelroller, ne? Doppelroller. Ja, die halt, das irgendwie hinkriegen. Krass. Ja. Habe ich noch nie einen erlebt. Ich probier's und merk' gerade, wie Gehirnflüssigkeit ausläuft. Hm. Was ist jetzt passiert? Ich muss noch ganz kurz ein paar Sachen im Hintergrund ausmachen. Hier läuft ein bisschen viel mit. Pornhub Carsharing. Nee, Pornhub lädt grad hoch. Das kann ich nicht ausschalten. Ja. So, was haben wir denn heute? Viertelstunde drin. Dirk guckt ein bisschen. Instax Mini. Ist das was, was ich nicht sagen sollte, oder was ist das? Oh, oh, Dirk hat Instax Mini gesagt. Aha, heikel. Das ist Polaroid-Film. Das gibt's noch. Ja. Ja, Polaroid ist ein richtiges Revival. Und diese neuen Kameras funktionieren auch mit einem etwas anderen Film. Aber sind die nicht irgendwie mördergiftig und brutales Scheiß? Ja. Ah. Na gut. Wenn sie in sind, was soll man machen? Ist nicht meine. Also, ja, da schaut Dirk gerade rauf auf den Waschbär, der neben Sir Thomas steht. Wieso, was ist denn das jetzt in der Anlehnung? Da darf doch nichts stehen normalerweise. Was? Es ist die Weihnachtskarte von Dortmund. Ach so. Das war der Ort, wo unser Weihnachtsbaum stand, neben Sir Thomas. Du hast doch gesagt, es gab keinen Baum. Doch, ich habe, aber den kann ich mal holen. Unterhalt mal die Leute, in denen du bis zehn zählst. Ja, also jetzt wird hier gerade krass unterbrochen, was wir selten haben. Klaus verschwindet in einen seiner angrenzenden Gemächer und bringt jetzt ein, ich bin, okay, eine Miniaturfichte, die circa 20 Zentimeter hoch ist. Ein Penisgroßer Wacholderbaum. Ah ja. Und der war geschmierter Penis. Also je nachdem, ob ihr Grower oder Schauer seid. Wie groß ist der durchschnittliche irrigierte Penis in Deutschland? Aus eigener Erfahrung würde ich sagen 23. Nee, 14 Zentimeter. Bist du ja ordentlich drüber, Kollege, mit dem Helmut, den du da hältst. Nee, aber das ist ein chinesischer Wacholder. So eine Mischung aus Busch und Nadelbaum. Kannst du bestimmt zum Kochen nutzen, oder ist das nur so eine Zierpflanze? Ich glaube, die ist nur eine Zierpflanze. Also ich wage zu behaupten, das ist wahrscheinlich nicht das beste Erlebnis. Ja, aber den hatte ich geholt, weil ich dachte, ach, putziger kleiner Tannenbaum, der noch so ein bisschen wachsen kann. Das kann auch ein schöner Bonsai werden. Ja, das sieht auch so aus. Soll ich mal zu meiner Frage kommen, bevor wir uns hier noch so tot ermüdend einrichten? Klaus, wie hieß dein erstes Haustier? Was war der Mädchenname deiner Mutter und in welcher Stadt haben deine Eltern sich kennengelernt? Das sind doch alles diese Banköffnungsfragen, oder? Die bei dir dazu führen, dass man auf deine 73,20 Euro kommt. Ach nee, das ist dein Bitcoin-Konto dann. Klaus, du kennst doch dieses lustige Spiel Sea of Thieves, ne? Ja. Wenn wir das jetzt mal als weiteres Gedankenexperiment in die Wirklichkeit brächten, wie würden wir, also Klaus und Dirk, als, ich weiß nicht, ob es das gibt überhaupt in der, das ist ja eine reine Piratenwelt, ne? Eine reine Piratenwelt. Als Piraten-Crew, wie würden wir unsere Crew, die, ich sag jetzt mal spontan, die Feuerzeigenwohlenabend-Crew ist. Ich wollte gerade sagen, ja, also Peter, Brownie und Philipp. Wie würden wir die führen, um, ich halte es mal sehr grob, bestmögliche Piraten zu sein? Also ich weiß nicht, ob das da, also, weil das Spiel ist ja nicht... Wir sind in der Sea of Thieves-Welt. Genau. Ja. Ob das da so ist, dass wir meist Leute kentern, oder es geht ja eigentlich um Schätze. Schätze finden, Schätze auch wegräubern. Ich glaube, wir würden einen relativ großen Teil auf der Fregatte der Verdammten verbringen, was der Hub ist, in dem man wiedergeboren wird, nachdem man gestorben ist. Willst du das Spiel mal kurz erklären, weil eventuell wissen das zwei nicht, was es ist. Ja, das ist ein Spiel für die Xbox One, programmiert von... Ausschließlich? Ja. Oder für ein PC. Oder für ein PC. Programmiert von Rare, die relativ bekannt sind im Videospiel. Ein Videospielkreis und das Studio, das früher Donkey Kong Country programmiert hatte. Banjo-Kazooie, GoldenEye, Perfect Dark. Und dann wurden sie von Microsoft gekauft und haben eigentlich nichts Großes mehr gemacht. Gott, ich weiß nicht, dass du das so ausholst. Ich habe auch die Frage vorbereitet. Und Sea of Thieves war deren erstes großes Projekt wieder, ein Multiplayer-Sandbox-Titel, also wo es nicht um Story geht. Was heißt denn Sandbox-Titel? Das ist einfach nur ein großer Spielplatz, in dem verschiedene Dinge verschiedene Auswirkungen haben und dadurch, dass alles so unberechenbar, aber physikbasiert ist... Wie ist das Ziegenspiel? Ist das auch ein Sandbox-Game? Ja, das Ziegenspiel. Auch Zelda Breath of the Wild ist auch zu einem guten Stück Sandbox, weil du einfach so viele Ansätze für jedes mögliche Ding hast. Und dadurch, dass Sea of Thieves ein Multiplayer-Titel ist, wo du mit mehreren Leuten... Und wir brechen jetzt mal eine Regel, weil ich glaube, die Maximalgröße einer Crew ist vier. Stimmt, wir wären ein bisschen... Aber wir sagen jetzt einfach, wir sind fünf. Peter ist ja eh, der lockt sich nur bei jeder zweiten Session ein, wenn er uns sagt, der kommt. Der ist im Gefängnis. Obwohl Peter, glaube ich, noch der kompetenteste Seemann von uns wäre. Ja, meinst du denn am Steuer oder am Ausguck? Oh, ans Steuer würde ich Peter nicht lassen. Das ist... Wenn ich an unsere Tretboot-Erfahrung, da war ich ja gerne am Steuer immer. Ja, ja, ja. Ist der Kapitän nicht am Steuer oder sagt der Kapitän mit Steuermann, was er zu tun hat? Wohl das eher, ne? Ja. Ja, ja. Gottes Willen. Das heißt aber, guck mal, wenn wir beides Kapitäne oder Piratenkapitäne wären, dann würden wir nur dirigieren. Auf Piratenschiffen wird demokratisch gearbeitet. Das bedeutet... Anders als... Also historisch gesehen waren Piraten-Mannschaften viel öfter demokratisch, hatten oft weibliche oder auch schwarze Kapitäne, was in der königlichen Marine undenkbar gewesen wäre. Außerdem waren die Leute nicht ausgebeutet und es wurde demokratisch darüber abgestimmt, was sie als nächstes machen. Deswegen hatten sie wahrscheinlich einen ordentlichen Zulauf irgendwann so. Ja, also ich meine, irgendwann, wenn du bist halt im Dienste ihrer Majestäten, dann triffst du eine Piraten-Crew und alle sind gut gelaunt und froh und betrunken und du denkst, wenn ich ein Sklave und wenn ich nach Hause komme, kriege ich drei Pfund. Naja, so wie die beiden, diese bekannten beiden Figuren, oder bekannt, die beiden Nebenfiguren aus den Flucht der Karibik-Teilen. Ah, ja. Die sind ja dann auch irgendwann gewechselt zum Piratentum, ne? Die waren doch dann irgendwie immer diese... Ach, du meinst die beiden? Ja, 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 ich weiß nicht, du meinst die beiden. Ja, ja, die beiden, die hatten ja quasi ihr Spiegelbild. Es gab ja Piraten, die auch so ähnlich waren wie die beiden. Ja. Äh, ja, ja. Der eine, der sein Auge immer verloren hat, ne? Genau, genau. Und die, glaube ich, einfach so ein Komiker-Duo sind. Ja. Relativ bekannt das. Ja, also ich würde sagen, so eine ganz klare Kommandostruktur brauchen wir nicht, außer wir sind auf hoher See und es wird gefährlich. Naja, also wenn ich überlege, wie wir halt die einfachsten Sachen nicht hinkriegen, wie Pizza backen oder so. Ja, ich dachte auch gerade, es ist ja auch ein bisschen wie overcooked, sobald du in ein Seegefecht gerätst. Und deswegen ja halt auch meine Frage, wie wir denn das machen. Also generell müssen wir die erstmal hinkriegen, den einen oder anderen zu dirigieren und dann aber auch vorher festlegen, was denn unser Ziel ist. Also versuchen wir halt kämpfen, aus dem Weg zu gehen und gehen ganz analytisch vor und versuchen, die Karten durchzuarbeiten. Und ich weiß gar nicht, ob man auch bei, es gibt ja immer so komische Momente, wo dann sich was verändert. Ich weiß nicht, Sturm sonst war, wo man plötzlich sieht, okay, da ist jetzt der Totenkopf-Himmel oder beziehungsweise der Totenkopf-Wolke da hinterher. Oder ob wir sagen, ich könnte mir vorstellen, relativ schnell ist halt Anarchie bei uns und es gibt halt Chaos. Ja, also dass einer über Bord geht, ist glaube ich das Erste, was passiert. Also erstmal müssen wir zusammen viel musizieren und den Mannschaftsgeist open zu halten. Genau, vielleicht haben halt auch wir beide, weil Piratenanführer sind, dann Tiere, Äffchen und Papagei oder so. Wenn es eine Katze gibt, dann nehme ich die Katze. Ja, ich weiß gar nicht, ob sie, ich habe glaube ich nur… Ja, mein Handy liegt nicht in Reichweite. Wollen wir gucken, ob es eine Katze gibt? Es ist egal, es ist auch egal. Ja, verlieren wir uns ein bisschen. Ja, dann die Sache. Also kriegen wir, wird denn das akzeptiert? Oder meinst du, wir fahren besser mit dem historischen Verfahren, dass wir sagen, okay, es ist demokratisch, was machen wir? Ja, ich glaube, wir müssen uns grob auf eine Sache demokratisch einigen und dann brauchen wir aber klare Ansagen, was passiert. So ein bisschen wie der Feuerzangenbohlenabend, grobe demokratische Arbeit, dass wir das machen, grob wann? Und dann müssen wir aber irgendwann sagen, konkret, der Termin ist es. Ich hätte ja Lust, irgendwie denen das Gefühl zu geben, dass es Demokratie ist und dann mit psychologischen Tricks zu arbeiten und sagen, die setzen trotzdem um das, was wir wollen. So zum Beispiel, keine Ahnung, ganz klar habe ich gedacht, Dr. Ranjit kommt auf den Ausguck, weil der halt schreien kann, wie halt echt so ein Vogel, der auf glühenden Kohlen steht. Ja, ja. Und den hörst du halt über, den hörst du im Nebel, der schreit dich durch den Nebel durch. Jetzt würde ich aber argumentieren, dass Ranjits Augen da oben nicht die verlässlichsten sind. Kann er nicht gut gucken? Würdest du Philipp vertrauen, da oben mit voller Aufmerksamkeit den Blick am Horizont zu lassen? Ja, aber so gesehen, klingt es so, als ob wir Philipp von Anfang an gleich einsperren. Stimmt, man kann ja auch jemanden ins Gefängnis. Ja, man stimmt halt ab und dann kommt er halt ins Gefängnis. Wenn wir von vornherein sagen, Philipp in das Gefängnis, stimmen dann auf, wir beide sind dafür, dann wird mit Sicherheit dann irgendwie Oskar das lustig finden, wird auch dazu. Aber ich glaube, es ist einfacher, wenn wir dann sagen, er ist unter Deck und kümmert sich dann um ... Dann legen die Karten. Karte und, oh Gott. Ja, doch, vielleicht ist doch am Horizont das Einfachste. Da können wir alle, notfalls gucken wir ja alle zum Horizont. Und wir am Anfang wie so ein Kind, was man halt positiv beeinflussen möchte, wir geben immer positives Feedback auf Dinge, die er erkennt und richtig sind. Und die negativen Sachen, die kreiten wir ihm erstmal nicht an, sondern wir konzentrieren uns auf seine Fähigkeiten. Brownie würde ich an der Karte lassen. Dann hätten wir es ja schon was. Wenn Brownie an der Karte ist, dann Peter an dem Ruder. Da sind ja schon drei belegt. Ich würde sagen, wenn wir es ja eh wie die Pro-Konsulen machen und uns die Aufgabe teilen. Pro-Konsul, habe ich noch nie gehört. Das ist der Vorgesetzte des Konsuls. Wenn wir die Pro-Konsulen machen und ... Vorgesetzte vom Konsul Weyer ist der Pro-Konsul. Ja, also je nach Regierungsform, in Rom waren die Pro-Konsul hohe Ämter. Dann solltest du vielleicht das Kommando übernehmen, solange wir zur See fahren und wo wir hingehen. Und ich übernehme das Kommando, sobald wir in ein Gefecht geraten. Ich glaube, das kommt unseren Stärken relativ entgegen. Okay. Ich habe jetzt einfach nur so was Banales gedacht, weil ich ja so taktisch gar nicht ... Ich hatte dieses Vorwissen gar nicht, weil ich dachte nur einmal, einer von uns steht dann aufgeteilt am Bug und der andere am Heck. Somit können wir Philipp auch ein bisschen ergänzen. Ja, ja, ja. Aber das können wir auch machen. Dann stehe ich am Bug und mache quasi den Frontausguck. Weil eigentlich, glaube ich, der eigentlich Piraten, Chef, König, Kapitän, Oberkalorin, keine Ahnung, steht vermutlich am Heck hinter dem Steuermann. Ja, 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 genau. Sitzt da am Tischchen und genießt seinen Tee. Ja. Genau. Das würde ich sagen, dass ich dir das Oberkommando überlasse, wenn wir einfach nur fahren und wo wir hingehen. Wenn es nicht wichtig ist, keine Berge da sind. Aber im Gefecht, so ein bisschen wie bei Oberkuckt, wenn es hektisch wird ... Das stimmt. Ich habe unheimliche Probleme, schnell zu entscheiden. Ich habe das Gefühl, ich habe so eine analytische Denkfähigkeit, aber nicht, wenn drei Leute schreien Feuer. Ja, und dann brauchst halt jemanden alle an die Backbautkanonen. Peter, du holst Munition. Philipp, du bleibst oben am Ausguck und benutzt das Gewehr, um auf die Leute zu schießen, die uns entern. Brownie holt die Munition von unten. Ja. Ich mache in der Zeit die Lecks zu, halte sie auf Abstand, etc. Also dann brauchen wir halt ... Kann das sein, dass bei deiner Aufteilung gerade ich nichts zu tun habe? Du musst es dann als Steuer übernehmen. Ich? Was macht denn Peter? Ja, oder Peter bleibt am Steuer und dann musst du in die Backbautkanonen. Echt, wir haben so eine Frontkanone? Der ist Count of Anna. Wenn wir das große Schiff haben, haben wir, glaube ich, an den Seitenkanonen. Ja. Steuerbaut rechts, Backbaut links. Es kann aber auch sein, dass wir im Bug und Heck auch eine Kanone haben. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, wie das bei Sea of Thieves ist. Ich dachte, wir haben gesehen, dass die an der Spitze nachrüstbar so eine 2 oder so eine ... Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich meine, natürlich wollen wir, ähm, ja. Ich dachte, ich höre gerade wieder irgendeine Reflexe. Irgendjemand arbeitet in irgendwas. Ja, ich höre es auch, ja. Aber natürlich wollen wir versuchen, wenn wir das größere Schiff sind oder wenn wir ein gleich großes Schiff sind ... Und fängt doch an mit einem Zweimaster, ne? Oder ist es ein Dreimaster? Ich dachte, es kommt doch an, wie viele Leute du hast. Ja, da wir fünf haben. Und ich glaube, es gibt nur den Zweimaster und den Einmaster. Und der Einmaster ist für zwei Personen. Ja, dann nehmen wir den Zweimaster und ... Ja, eben. Und da müssen wir natürlich versuchen, wenn wir in ein Gefecht geraten, unsere Breitseite dem Gegner zuzudrehen. Ja, ja. Das, und dann muss natürlich unser Steuermann schnell schalten, dass wir, nachdem wir eine Salve gefeuert haben, unser Bug zum Gegner drehen. Dass wir weniger Trefferfläche bieten. Ja. Bumm. Bis wir dann wieder schussbereit sind und dann können wir uns wieder zurückdrehen, genau. Beziehungsweise das Ziel wird sich auch die ganze Zeit verändern. Ja, ja, ja. Das heißt, wahrscheinlich ist es halt einfach stehenbleiben, weil der gerade vorbeifährt. In der Regel versuchen wir wahrscheinlich dann im Kreis um uns herum zu fahren. Also so würde es ja in der Praxis aussehen. Und wir müssen die Segel nachdrehen, das ist ja auch noch was Stimmiges. Da haben wir gar nicht drüber geredet. Die Segel sind ja auch noch so eine Sache. Du musst die Segel ja in den Wind drehen. Auch irgendwie die zwei Hauptsegel. Und dann gibt es ja halt auch rechts und links immer noch diese kleinen ... Aber du kannst auch den Anker für ein schnelles Wendemanöver benutzen. Also quasi die Chicago-Wende auf hoher See. Das ist ... Ja. Und dann richtig ... So kriegst du sie, glaube ich, dann halt auch sehr gut taktisch hin. Dass du am Anfang die ganze Zeit nachlädst, buch, buch, buch. Dann Anker schmeißt und dann ... Und dann hast du so einen Schwung und musst bei dem Schwung des Bremsvorgangs schon schießen. Weil wenn du fertig bist, stehst du mit dem Heck zum Gegner. Ja. Und dann kannst du wieder Anker einholen. Das dauert so ewig lang, dass wir wahrscheinlich dann schon untergegangen sind. Ich wollte gerade sagen, wenn ich Fortnite so als Maßregel nehme, wie gut Leute in sowas sind, dann schießen wir, glaube ich, einmal so ein bisschen ins Nichts und dann geht's los. Aber jetzt so aller blöder LAN-Party aus den 90ern, wäre das schon ziemlich geil, wenn man mit fünf Monitoren hier sitzen würde. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, die bringen das zwar dann auf den Monitor, aber haben die dann ... Also gibt es auch die Möglichkeit des Splitscreens? Nee, die sehen alle ihre einzelnen. Es ist tatsächlich auch ein bisschen problematisch, wenn du alle in eine Location bringst, weil jeder ins Internet eingewählt ist damit. Und ich glaube, fünf Spiele-Verbindungen hält meine Internetleitung im Leben nicht aus. Deine 16 Mbit-Leitung. Schneller ist kaum ... Ich weiß gar nicht, ob schneller hier im Haus so unbedingt möglich ist, aber ... Ja, alles ... Hier im Haus Quatsch. Hier gibt es doch bestimmt 50 Mbit-Leute. Ja, aber wie viel kriegst du denn? Ja, also bei mir wurde gemessen, als ich das damals hatte, und da waren schon 47 Kameran. Okay. Also im Schnitt. Naja, aber also gut, aber sagen wir mal, das wäre technisch möglich. Ja, dann wäre es natürlich schon die Ideallage. Jeder sitzt in seinem eigenen Monitor und wir alle. Aber das wird eine teure Angelegenheit. Also ich würde auch sagen, also generell, so Aufteilung finde ich auch ganz gut, weil ich mir vorstellen könnte, dass ich halt, weil währenddessen halt immer schön erzählt und bla bla, und dann kann ich mich konzentrieren auf den Horizont und dann vielleicht zwischen zwei Inseln durchmanövrieren. Was ja interessant ist halt auch, dass du, wenn du merkst, es ist eine Flaute mehr oder weniger, dass du halt mit dem Wind, also wenn du halt in den Wind rein willst und ich immer sagst von denen, ja, wenn der Wind von vorne kommt, fahren wir nach hinten oder so. Also es ist ja ein bisschen, weil ich bei mir auch Ziele. Ja, es ist ja auch tatsächlich, das Spiel ist auch so konzipiert, dass ihr nicht im gleichen Raum sitzt, also dass wir nicht als Crew alle, die Kinder kommen gerade das Treppenhaus hoch. Ich habe das gerade dafür gehabt, dass wir hier im. Hier, eins steht hinter dir. Also ein Spiel so ein bisschen wie Keep Talking and Nobody Explodes, das auf asymmetrischer Informationen beruht, also dass du eben nicht mal schauen kannst, du drehst den Kopf nach rechts und guckst, was der Ausguck sieht, weil dann brauchst du den Ausguck nicht. Sondern das, also deswegen glaube ich schon, ist es halt praktischer, wenn wir zumindest ein bisschen so räumlich verteilt sind, dass es nicht praktisch wird. Aber wärst du denn auch der, also dass wir beide eine Richtung so anpeilen, dass wir sagen, also ich hätte so gedacht, es wäre jetzt nicht so spannend, aber ich würde mich auf die Karten konzentrieren und versuchen, die Schätze zu sammeln, anstatt zu sagen, lass mal kreuz und quer. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das eh relativ schnell passiert, aber dass wir sagen, von vornherein, lass mal auf die Karten uns konzentrieren und versuchen, Schätze und halt auch, wenn möglich, wenn halt mit Ausguck und alle achten aufeinander und es gut funktioniert, dass man auch mögliche Angreifer aus der Ferne sofort aus dem Weg geht und nicht gucken, was macht der, was hat der, weil in der Zeit denkst du, fuck ey, das hat ich. Ja, 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 also ich meine, ich glaube, aktiv Gefechte sollten wir nicht suchen. Ja. Ich glaube, das, wie gesagt, das weiß ich aus Fortnite, am längsten überlebe ich, wenn ich mich unauffällig in den Schatten halte. Der Camper, der klassische Camper vom Counter-Strike. Habe ich erzählt, die haben ja jetzt Matchmaking, da hatte ich mal, als das Neue draus war. Das heißt Matchmaking. Du wirst mit Leuten auf deinem Niveau zusammengesetzt. It's a match. Also, und dann hat es. Wie bei Tinder. Ja, und dann hatte ich es mal. Kann gut pimpern. Wir sehen uns. 72,30 Euro auf dem Bitcoin-Konto. Und dann wurde ich in die Runde geworfen und dachte, ich spiele mit Bots oder so, weil die alle so schlecht waren. Oh, die waren nur so wie ich. Dann habe ich die Runde auch gewonnen. Ich habe hier nur so seit Jahren getan, ich könnte nur campen. Aber wenn ich merke, dass alle campen und ich weiß, wo die besten Campingplätze sind. Nee, wenn die Leute nicht ihre dummen Türme bauen und halt spielen wie Kinder, die es tausend Stunden die Woche spielen, dann geht es. Also dann, ich bin ja jetzt nicht so ein schlechter Spieler, aber ich hasse halt Shooter. Ich bin auch nicht gut in dieser Shooter-Mechanik. Ja. Ja, naja. Also wie gesagt, deswegen glaube ich, also wie gesagt, wenn das die Erfahrung ist und Leute spielen das ja wirklich ambitioniert, dann die schießen sich in der Kanone bei uns in die Segel und metzeln unseren Ausguck nieder und von da aus. Spiegelreit ist außer Kontrolle. Damit es ein bisschen spannender ist, würde ich jetzt mal sagen, wir haben jetzt auf einer, ich habe keine Ahnung, die Skull Island, haben wir halt angepeilt, da ist halt dann irgendwie ein Schatz oder sowas und auf dem Weg dahin. Skull Island ist die, die nicht an das Übernatürliche glaubt, oder? Genau, die stellen den Präsidenten. Und auf dem Weg dahin passiert plötzlich was, wo wir noch keine Verteilung haben und zwar der Kraken greift an. Ja. Ich würde sagen, das ist so eine Gefechtssituation und würde sagen, und jetzt mach du mal. Also Dirk deutet gerade gestisch an, dass er das Ruder fallen lässt. Ich würde mal eine Tasse fallen lassen. Er nimmt das Ruder raus, lässt es fallen. Wir sind alle verloren. Geht da ein bisschen panisch auf dem Achterdeck hin und her, während er seinen Kakao ausschüttet. Ja, das stimmt. Ja gut, also Gefechtssituation. Beziehungsweise ich würde sagen, äh, Klaus? Ja. Und Philippe würde sagen, das Wasser, das Wasser. Und würde nicht beschreiben, was er sieht, bis die ersten Tentakel ihn im Auge saugen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir nicht ganz naiv sind und mit geladenen Kanonen fahren. Das heißt, wir können erstmal eine Salve absetzen. Aber wer achtet darauf, dass es am Anfang gemacht wird? Ja, das kann ich jetzt gerade. Deswegen bin ich ja auch für den Kriegszustand zuständig. Ich habe gar nicht daran gedacht, am Anfang darüber zu reden, Munition zu sammeln, Kugel mitzunehmen, Schwarzpulver. Das finden wir auf jeder Insel. Ja, aber am Anfang kann man sich ja trotzdem erstmal eindecken mit Dingen. Das habe ich ja auch gar nicht gemacht. Ich werde mit dir rauf, losfahren und dann, wo geht es hin? Keine Ahnung, hast du eine Karte? Nee, oh Munition, oh Scheiß. Ich habe eine Banane gefunden. Ja, genau. Danke, Philippe. Völlig sinnvoll. Bist du dir sicher, dass die Banane uns weiterhilft, Andy? Es ist gut, dass jetzt Philipp da so eine Position aus, ähm, ja. Little Britain. Ja, also deswegen, die Kanonen sind geladen. Wir haben alle eine geladene Waffe bei uns. Das heißt, wir können erstmal eine Salve auf die Tentakel abfeuern. Ist das nicht gefährlich? Nicht jeder hat an seinem Tüchlein eine Gewalade. Ich glaube, es gibt kein Friendly Feuer. Achso, ich denke jetzt die ganze Zeit schon ein bisschen an Realität. Achso, wir sind da. Ja, naja, ja. Also, wenn wir an Realität denken, dann ist das Problem, dann können wir die Waffen, können wir jetzt wirklich alles nicht geladen lassen, weil das alles schock, ähm, schockanfällig ist. Ah, okay. Dann bleiben wir im Spiel, weil das zu kompliziert ist. Entweder das oder das Schwarzpulver wird nass auf hoher See. Ach, ich werde seekrank. Ja, oh Gott, dann kannst du mich nicht mitnehmen. Also, das kommt auch nochmal hin. Obwohl, also, wenn du halt mal so ein Session bei den Jungs, also bei Game of, nee, Quatsch, Game of Tube. Game of Tube, ja. Game of Tube schaust, also nach drei Stunden hoher See, auf dem Großbildschirmst, irgendwann echt das denkst, die Grafik ist so gut, dass du irgendwann denkst, oh. Das ist ja, glaube ich, das wirklich Faszinierendste an dem Spiel, wie gut sie diese Wellensimulation hinbekommen haben. Deswegen macht es auch einfach so einen Spaß zuzuschauen. Ich finde es, bei denen finde ich es noch relativ entspannt, weil die nicht so ein Twitch-Gameplay haben. Also, einfach so super schnell zucken und überall hin und hergucken, damit du den Überblick bewahrst. Die spielen das ja so, wie erwachsene Männer das spielen. Hä? Ich seh jetzt. Was? Ich guck mich mal langsam nach rechts auf. Sehr viel zu schnell, Alter. Ja, er war auch ein bisschen entspannt und Akkordeon spielen, wie Daniel sagen würde. Ja. Mitten im Gefecht, während die Hölle um sie herum schon losbricht und er reißt das Akkordeon los und spielt erstmal eine traurige Weise. Daniel saß auch schön in dem Video, in dem neues Video, was das war, immer die ganze Zeit abseits da am Rechner. Das wirkte halt diese Alt-Papa-Position, die er ja hat mittlerweile. Ja, ja. Und sagt auch mittlerweile Sachen wie, der Kleine war ganz brav. Übrigens, ach du Scheiße, der Kleine war ganz brav. Das hat er sonst immer über Michi oder Martin gesagt. Ja, also deswegen, gut. Also nochmal, der Kraken greift an, ich schreie Scheiße, Philipp schreit irgendwas. Ja, so. Also, erstes Kommando, Philipp kommt runter, wir brauchen keinen Ausguck mehr. Ja, aber dann kommt der nicht runter, wenn der Kraken schon am Boot ist, oder? Wenn wir nur weg sind, doch. Fällt der da nicht runter? Ja, dann fällt der halt runter, man soll eine Banane essen. Ach so. Also Banane essen, das heilt wieder ein bisschen, um das nochmal zu erklären. So, Brownie ist schon unten, das heißt, er kann als erstes sich die Taschen mit neuen Kanonenkugeln voll machen. Und Brownie kann, glaube ich, als erstes mal die Löcher stopfen, wenn der unten eh schon im Bauch ist. Ja, das gehen wir davon aus, dass er noch keine haben, deswegen soll er erstmal die neuen Kanonenkugeln holen. Macht der Kraken nicht Löcher oder macht er was? Ja, aber wir feuern erstmal die erste Salve ab, dann kann Brownie nachladen und dann kann er wieder runter und die Löcher stopfen. Also du schickst Philipp runter vom Turm, Brownie hoch, alle an die Kanonen. Philipp, Brownie und du sind jetzt an den Kanonen. Peter bleibt weiter am Ruder. Wir haben hier drei Kanonen, rechts drei Kanonen, also Steuer und Backbord. Ehe nur von drei Kanonen aus, also egal ob Steuer und Backbord, wir brauchen drei Leute an den Kanonen. Peter bleibt ja am Steuer, ne? In der ersten Salve, genau. Peter bleibt am Steuer, weil wir irgendwie versuchen müssen, da wegzukommen. Die Sache ist, lenkt man dann eher ein in die Richtung, in die der Kraken einen eh zieht, weil man sagt, man schafft es jetzt nicht, gegenzulenken? Er greift das Schiff oder greift er nur an? Also ich glaube, der hat selten von unten symmetrisch angegriffen, sondern immer von einer Seite. Er greift dann halt so an, wo du Tentakel siehst und so und dann ist halt die Frage, wenn der jetzt von Backbord angreift, ob man sagt, ich gebe Backbord nach und lenke halt mit ein, ansonsten zieht das halt so blöd, dass ich gut manövriere. Und ich versuche gegenzuhalten und es wird so ein Riss. Volle Fahrt und Backbord. Weil dann könntest du ihn mitdrehen, das wäre so eine Judo-Wende. Die Judo-Wende nennen wir es. Also volle Fahrt und Backbord. Gesagt, erste Salve gefeuert, Brownie kann nachladen, in der Zeit kann Philipp unter Deck und sich um die Löcher kümmern. Frage, volle Fahrt, wenn unsere Segel gerade nicht geil waren, dann müssen die Segel erstmal wieder voll. Das mache ich gerade, während ich euch hin und her scheuche. Ja gut, du hast es ja im Blick. Ja, naja, aber ich meine... Ich meine, ich renne ja nur einmal an die Kanone, das dauert ja wahrscheinlich zehn Sekunden und dann habe ich es gefeuert. Ja, aber deswegen müssen Brownie und Two sich halt abwechseln, wer halt die Munition von unten holt. Du hast ja noch Kanonenkugeln in den Hosentaschen. Ah, okay. Also du hast ja, du hast ja welche am Mann. Das heißt, wir machen das so, ich dachte, wir machen das so klassisch symmetrisch, dass du sagst, Feuer und alle drei feuern gleichzeitig und nicht Feuer. Ja, ich glaube, das ist eine gute Wahl, wenn du gegen ein anderes Schiff kämpfst, dass du in einer Salve feuerst. Aber bei einem Tier ist es... Beim Kraken ist das, glaube ich, taktisch nicht so wichtig. Weil es würde dann so wegstoßen, ran, wegstoßen, ran. Ja. Und so wäre es weg, 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 weg und eventuell... Beziehungsweise, wenn du halt eine Salve aufs Schiff feuerst, dann musst du halt, wenn du in Position bist, musst du die Position halt effizient nutzen und alle Kanonen feuern. Aber beim Kraken haben wir ja relativ wenig Geschwindigkeit, weil er uns festhält. Ja. Deswegen ist es egal, deswegen können wir auch leicht versetzt feuern. Durbe Frage, schießt man auf die Tentakel oder schießt man auf den Mund oder die Öffnung? Ich glaube, unter Wasser ist nichts in Sea of Thieves. Ich glaube, es sind nur die Tentakel, die dich angreifen. Wie, unter Wasser ist nichts? Wenn einer runterfällt und ins Wasser fällt und untertaucht, dann sieht der nichts. Ja. Ich glaube, die See ist dann pechschwarz. Also zumindest war es so. Ach so, also er sieht nichts. In der ersten Version war es so, ja. Okay. Also da ist nichts. Du kannst nicht gegen irgendwas kämpfen. Also es ist keine Option, mit dem Degen abzutauchen und zu versuchen, darauf einzustechen. Deswegen haben wir nur die Kanonen. Nee, ich dachte auch einfach vielleicht zu sehen, wie groß das Ausmaß oder der Angriff ist. Vielleicht sieht man, dass er sich gerade so positioniert, dass man denkt, scheiße, wir müssen, weil unten drunter können wir ja nicht schießen. Ich glaube, du triffst einfach auf den Kraken, die See ist blutrot und dann siehst du die Tentakel. Okay. Und das war es dann. Also an dem, was technisch im Spiel vor sich geht. Aber man kann da raus, ne? Tentakel, äh, Kraken. Ja, wenn du ihm genug Feuer gibst und beschleunigst, kommst du da raus. Das heißt, deine Idee ist dauerhaftes Feuern. Ja. Auch wenn es immer nur ein Feuer ist oder sowas. Ja, genau. Wie gesagt, wenn ihr keine Munition habt, ihr habt ja noch Waffen dabei und ich habe auch eine Schusswaffe dabei. Wer feuert eigentlich die ganze Zeit jetzt gerade? Philipp? Philipp? Brownie und du, ihr müsst euch abwechseln. Einer muss unter Deck bleiben und die Bretter zunageln. Es kann aber sein, dass ihr euch da auch abwechseln müsst. Es ist halt, wer unten kein Holz mehr dabei hat, wer alles vernagelt hat und hat kein Holz mehr, muss hoch und wieder gegen den Kraken kämpfen. Wenn wir mit Wasser zulaufen, brauchen wir zwei Leute unten und nur einen an den Kanonen. Dann muss ich eventuell auch an einer der Kanonen. Aber es gibt ja zwei Unterdecks. Und einmal, ich glaube, die erste Ebene ist Karte. Und die zweite Ebene ist halt Munition und Holz und sowas. Ja, ich, ja, die zweite Ebene müssen wir eventuell aufgeben. Und wenn die, wenn das, also ich weiß nicht, wo man, war ich, wenn man, na, weil ich gedacht habe, die stetige Feuern schafft man ja gar nicht, weil man müsste ja einen, der stetig nur Munition holt. Ja. Weil ich glaube, einmal nachladen oder wie viel hat man in den Taschen? Ich weiß nicht, sagen wir jetzt mal drei Kugeln. Okay, na gut, dann könnte man. Also, wie gesagt, das glaube ich geht schon. Das muss halt koordiniert sein. Wer kein Holz mehr hat, darf halt unten nicht mehr bleiben und versuchen, da die Löcher zu stopfen. Dann muss halt hoch. Und ihr müsst halt die Gänge effizient machen. Das heißt, Kanonenkugeln holen, einmal raus, einmal mit Wasser voll machen, einmal über Bord schießen, Kanone nachladen. Aber das müsst ihr ja quasi mal ansagen, eventuell vergisst man das. Ja, ja, eben, deswegen bin ich halt auch da und mache nicht viel außer den Segeln oder mal in die Kanonen gehen. Ja. Oder euch mit ein bisschen Feuer aus meiner Hand, Feuerwaffe, ein bisschen Freiraum verschaffen. Okay. Aber, also, wir haben schon leichtere Situationen beim Kochen verkackt. Ja. Deswegen glaubst du wirklich, das klingt jetzt sehr, sehr taktisch alles, glaubst du wirklich, dass wir Affen, die sich ja dann gerne mal dann auch irgendwie so eine Handvoll Hirn teilen, und, äh, das, ich kann mir vorstellen, die erste Salve geht voll rein, nachladen, super, und dann ist schon, soll ich mal runtergehen? Nein. Ich hab dir gesagt, du bleibst hier, bis deine Munition alle ist oder unten ein Loch ist. Du bleibst hier. Aber nicht diskutieren. Wir haben hier einen Krach an der Seite, du Horn. Ja, das ist halt die Sache, ähm, es lässt sich jetzt halt schwer vorhersagen, was genau passiert. So ein bisschen wie bei Overcooked. Du musst ja auch immer darauf reagieren, dass jemand den Fisch immer auf den Boden wirft. Ja, stimmt. Also, aber ich würde sagen, wenn wir, wenn da nicht grob was schief läuft, sollten wir da schon rauskommen. Notfalls müssen wir halt auch die Position mit Peter wechseln, jemand anderes muss in der Zeit ans Steuer, wenn Peter Munition dabei hat. Die Frage ist ja auch, vielleicht will Peter sogar, weil er denkt, ich merke, das Ding ist so, also ich hab voll eingeschlagen, das Ding dreht sich jetzt mit den Kraken, ich muss hier nicht dran stehen. Da wird jetzt nicht plötzlich der Wind sich drehen oder das Ruder oder so. Das heißt, ich komm noch dazu. Ja, genau, wie gesagt, das müssen wir halt flexibel halten, wie bei Overcooked auch, was passiert, passiert und dann müssen wir darauf reagieren. Nach quasi vorliegen, erster schießt, Kugel leer, bla, Kanonen ist leer, das wäre halt so, dann gehe ich da ran und dann kommt Peter dazu und dann geht einer runter, dann geht immer. Ah, du meinst wie eine Perlenkette. Genau. Ich glaube, wir müssen die Gänge ein bisschen schneller machen, aber ich glaube zum Beispiel, das ist leichter als das, was bei Overcooked passiert, weil wir hier im Voraus wissen, was wir machen müssen, nämlich weg. Und es gibt nur eine beschränkte Anzahl an Aufgaben und wenig unvorhergesehene Faktoren, außer, während wir vom Kraken angegriffen werden, kommt ein anderes Boot. Ja. Dann haben wir nämlich ein Problem. Also jetzt, worst case scenario, und ich gebe jetzt mal das mildere worst case scenario, werden von einem kleinen Boot angegriffen währenddessen. Ja, aber das müssen wir trotzdem fettigmachen. Wahrscheinlich. Das heißt, zwei Leute, das heißt eine Kanone, oder was heißt das? Ja, ich glaube, auf jeder Seite eine Kanone und die haben, ich glaube, die großen Schiffe haben keine Buchkanone, die kleinen aber. Aber das würde doch bedeuten, dass einer jetzt einfach nur noch Löcher stopft, weil wir die ganze Zeit am Kraken hängen. Und die Sache ist auch, stell dir vor, also ich glaube, keiner von uns würde auf Anni, du vielleicht versuchen, aber irgendwann hast du auch 50 Sachen. Aber das Boot kommt auf der Steuerbordseite, frontal auf und zu, also wir sehen, dass am Boot kommen, Steuerbordseite und Backbordseite hängt der Kraken. Okay. Und wir hängen so leicht schräg und ballern und rennen und nageln und da kommen schon die ersten Schüsse von der Steuerbordseite. Dirk, ich gehe in eine der Kanonen. In eine Kanonen? Ja, du gehst in eine der Kanonen. Brownie geht in eine der Kanonen. Ach so, wir wechseln das Schiff. Philipp und Peter feuern uns auf das kleine Schiff. Das heißt, wir haben da schon eine 3 zu 2 Überlegenheit. Wenn das Kinder sind, haben wir verloren. Und dann müssen Philipp und Peter mitkommen, dass wir da versuchen, eine 5 zu 2 Situation zu schaffen. Also das heißt, einer müsste den anderen noch rüberschießen. In dem kleinen Schiff kommen wir schneller weg und das große Schiff hängt im Kraken fest. Ich könnte mir vorstellen, dass Peter besser Philipp rüberschießen kann, aber Peter besser kämpfen könnte eigentlich. Ja, einer muss halt schwimmen. Beziehungsweise könnte er ja, ach nee, ich habe gerade gedacht, er schießt auf das Schiff. Aber ich glaube, das wäre echt ein, er kann ja auch auf das Schiff schießen, wir flicken das wieder. Ach so, aber da haben wir ja nichts von. Da ist ja mehr Arbeit nur. Ja, aber währenddessen müssen die ja theoretisch ihr Schiff flicken. Ja, aber die haben doch dieselbe Idee wie wir. Die wissen ja auch schon, wenn wir da zu viert ankommen, die wollen nicht uns platt machen und dann zurück auf ihr Krakenschiff gehen. Also so weit, wie ich denke, ein Bot wahrscheinlich auch. Ja, okay, aber ich glaube, so hätten wir noch die realistischste Chance, aus der Situation wieder rauszukommen. Weil dann sind wir auch in einem Schiff, das nicht vom Kraken belagert wird und können aus der Ferne zu sehen, wie unser Schiff und unser Geld singt. Insolidiert. Ja, stimmt. Stimmt, aber wenn das untergeht, das heißt, der Kraken hat das Schiff bekommen, greift er das nächste an oder ist der erstmal weg? Er greift das nächste an, aber auf dem kleinen sind wir relativ schnell. Also das heißt, er würde es nicht kriegen. Würde ich auch sagen. Also ich glaube auch nicht, dass es dann sofort untergeht, sondern es dauert auch noch ein bisschen. Kann man sich auf der Karte, wenn wir abhauen, können wir dann oder könntest du dann oder ich Oskar anschreien, merkt dir den Punkt, wo wir gerade waren. Das heißt, wenn wir den Kraken halt… Da ist ja alle Nase lang eine Insel, also das kannst du ja dann grob einschätzen, wo du bist, wenn du nicht sogar Marker setzen kannst, was ich glaube, was du kannst. Weil wenn ein Schiff untergeht, dann bleiben die Schätze ja da. Also sie schwimmen ja im Meer beziehungsweise gehen unter. Ja, das kriegen wir hin, ja. Dass wir dann halt wiederkommen, dass wir einfach nur merken, okay, die See ist wieder klar und dann drehen wir uns um. Vielleicht bleiben wir noch auf den kleinen, weil das Kleine ist vielleicht ein bisschen koordinierbarer. Würde ich auch sagen. Da kann auch jemand mal rumpimmeln und sagen, guck mal, das ist mal eine tanzende Katze, während andere kämpfen oder so. Das ist dann nicht so schlimm, wo du denkst, wow, Philipp, laut und völlig sinnlos. Ja, okay. Zweites Szenario, was mir jetzt gerade einfällt, aber ich glaube, der ist gar nicht so schlimm wie der Kraken, ist der Hai. Es gibt ja diesen Monster-Hai. Ja, der große Hai. Der verfolgt das Schiff aber, oder? Aber der greift ja auch an. Ja, ja, ja. Und da habe ich immer nur das Gefühl gehabt, der hat irgendwie immer entweder Hack oder Bug angegriffen und nicht halt Steuer oder Backbord. Ja, ja. So von wegen zwei, drei Angriffe am Bug und ich breche dir was ab und dann ist es nicht mehr mit Stoffen, sondern war es das, wenn du nicht richtig vorgehandelt hast. Ich glaube aber, der ist auch mit ein paar Salven leicht zu vertreiben. Ja, genau, das ist halt dann echt so eine Timing-Sache, nicht wie die Kraken die ganze Zeit dranbleibt, sondern okay, du siehst, der kommt, du siehst, der kommt gleich, weil der springt ja mal raus, der greift nicht unterm Wasser an und dann halt irgendwie diese Chicago-Wende, der kommt, du siehst das offene Maul und dann halt irgendwie drei, beziehungsweise dann haben wir, haben wir da noch Steuer- und Backbordkanonen? Und eine Bugkanone. Also wir haben drei Kanonen noch. Ja, ich glaube ja, ich glaube, das kleine Schiff hat drei Kanonen. Dann bleiben wir auf Bug, also dann drehen wir uns ja nicht ein. Ja, das ist halt der Vorteil, den die kleinen Schiffe haben, du bist manövrierfähiger und kannst dich etwas besser gegen die großen Schiffe verteidigen, also einfach aus Fairness, dass du halt nicht in Stücke gerissen wirst jedes Mal, wenn du ein großes Schiff am Horizont siehst. Kann das Sniper-Gewehr oder das Gewehr mit Fernglas drauf, kann das mehr Schaden anrichten als die Pistole? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, also ich glaube, so ein Headshot wie bei Counter-Strike gibt es nicht. Also auch nicht ins Auge oder auf dem Zahn oder irgendwas? Also ich habe es lange nicht mehr gesehen, aber ich glaube nicht. Also dann wäre es ja eigentlich am logischsten, dass man sagt von wegen, nicht Anker, aber dass man halt sagt, fährt man dann, gibt man dann volle Breitseite darauf zu, damit man dann schießt und sofort abzieht, weil der dann ja untergeht nach dem Schuss? Oder wird man langsamer und versucht dann zu schießen? Also je nach Seegang würde ich sagen, wenn die See ruhig ist, können wir auch mehr Fahrt geben. Aber je mehr Seegang wir haben, desto höher ist die Winkelvariation auf den Wellen. Also dann sollten wir eher etwas Fahrt rausnehmen. Außerdem sind wir bei weniger Fahrtmanövrierfähiger. Aber logisch wäre doch dann echt zu warten, bis der auftaucht. Einer ist an der Kanone und alle anderen vier stehen daneben und haben ihre Pistolen dahingerichtet. Ja, würde ich sagen, ja. Das heißt, da muss man dann kurz ein paar Sekunden vom Steuer weg und hoffen, dass nichts anderes passiert. Und wenn er hoch ist, dann pfff. Ja. Und dann geht er kurz mal ab und das müsste ja eigentlich zwei, dreimal passieren wahrscheinlich. Ja, genau. Die Sache ist bloß danach, wo taucht er denn auf? Taucht er denn wieder? Ja gut, aber dann verteilen wir uns ums Schiff und gucken, wo er ist. Also das ist ja. Ja, das Gute ist, du kannst schnell nachladen, weil die Pistolen sind, glaube ich, schnell nachzuladen. Ja. Die Kanonen dauern auch nicht so lange, also das kriegen wir schon hin. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, jetzt sind wir auf dem kleinen Schiff, haben auch den Hai irgendwie vertrieben und jetzt werden wir von einem großen Schiff angewürfen. Ach, die Scheiße wieder, ey. Na oder, also was gibt es denn noch für Szenarien? Ja, ich meine, es gibt auch krasse Stürme. Unter die, ja. Es gibt richtig heftige Stürme, die man halt dann, glaube ich, also da habe ich dann halt auch Wellen gesehen, wo die echt am Bug stehen und du siehst den Himmel nicht mehr. So, und da habe ich gedacht, fuck. Ich habe Sea Beams am Tannhäuser Tor gesehen. Ah. Blade Runner. Okay. Ich habe Wellen gesehen bis zum Himmel. Jedenfalls, ähm. Die schöne Karvenzmänner. Da würde ich mich halt auch Bugseite komplett im rechten Winkel zur Welle stellen. Ja. Weil Steuer oder Backbord, das wäre dann Totsurteil. Ja. Und ich würde sagen, die Heckseite ist ja halt auch nicht so schnittig wie Bug. Mhm. Also, aber die Sache ist, wenn du halt echt schon hast, dass du fast senkrecht nach oben gehst. Passiert es bei Sea Thieves, dass er sich senkrecht in die Höhe katapultiert? Ich weiß nicht, ob der sich da durchbohrt. Ich habe das, ich glaube, die sind schon gekentert. Wie ist denn das bei so Rogue Waves? Ähm. Also ist es so, ist es so, dass du, oder bilde ich mir das jetzt ein, dass du mit dem Bug gerade in die Welle fahren musst? Das hat man mal eine Idee. Und dann, wenn du halt senkrecht bist, abdrehen. Wie, äh, senkrecht, äh, und dann links oder rechts, oder was? Ja. Ach so, dass man auf der Welle bleibt? Und das muss man können. Ist das so, ich meine, wie ist denn das im Spiel? Wie gesagt, ich habe den Sturm noch nie gesehen. Also ich habe den Sturm gesehen, aber ich habe halt echt nur so beiläufig gedacht, okay, krass, und dann war irgendwas mit Kentern, weil ich mich auch gefragt habe. Ich, ich glaube, das Schiff, ich bin mir nicht sicher, ob die Schiffe kentern können. Oder ob einfach alle vom Schiff katapultiert werden. Ja, oder so. Also ich, ähm. Aber die haben das ja immer stetig erweitert. Ja, ja, eben. Und das haben die Leute ja gefeiert, dass sie so auf Details geachtet haben. Also ich meine, es kann auch sein, ich habe, ich habe es halt noch nie irgendwo gesehen, dass das Schiff tatsächlich, äh. Anker werfen wäre Schwachsinn, ne? Weil dieser Druck, Welle und Grund, dass wir dann so dran reißen, dass... Ich weiß auch nicht, ob die Kette einfach lang genug wäre. Ich meine, aber ist... Dass, wenn das, äh, wenn die Welle dich hebt, ja. Dass die, dass die Kette hält, beziehungsweise... Kann man immer den Anker werfen? Also ist das so simuliert, dass man sagt, okay, ist immer gleich tief oder so tief, dass man den Anker werfen kann? Hm, ich glaube nicht. Ich meine, du kannst auch auf hoher See ankern, also... Ja, dann... Wahrscheinlich. Hast du nicht gerade noch ein Szenario gesagt? Ach ja, war so russisch. Ja, wie gesagt, noch Angriffen ansonsten. Oder wir machen halt eine der Quests und kämpfen gegen tausend Skelette, aber das war ja nie so interessant. Nee. Also das war ja immer, ähm... Auf den Inseln fand ich es halt immer lustig, rumzulaufen. Das hat halt immer so ein bisschen, so ein Melee Island, Monkey Island Charakter, aber... Ja, da passiert ja nichts Interessantes. Also du kämpfst gegen drei, vier... Skelette oder Hühner oder was auch immer. Aber dann würde ich sagen, von wegen, wir werden von einem größeren Schiff angegriffen, in einem ordentlichen Sturm. Nachts. Wo die Sicht halt richtig dumm ist. Wie das Finale von Flucht der Karibik 3. Genau. War das so? Bis auf nachts. Weil das ist ja natürlich für uns und für die auch... Okay, also ich meine... Also erstmal Lichter aus, wahrscheinlich. Lichter aus, ja. Und wie ein großes Schiff sieht man ja, das reflektiert halt alles Mögliche. Also ich glaube ja, also da sollten wir uns gefechtstechnisch bedeckt halten und uns erstmal darauf konzentrieren, den Sturm zu überleben. Ich würde sagen, einfach in den Sturm stellen. Also dass man sagt, mit dem Sturm verschwinden oder beziehungsweise wenn es darauf zugeht, dann voll schnell vorbei. Also dass das andere Schiff uns in einem Sturm bei hohem Wellengang trifft, ist glaube ich die geringere Gefahr. Und ich meine, wir brauchen sowieso Leute, die ja Sturmschäden reparieren unter Deck. Ja. Deswegen glaube ich, dass es... Also da müssen wir eher koordinieren, dass wir die Segel richtig stellen und richtig steuern. Könnten wir nicht sogar simulieren, dass wenn wir in die Nähe kommen, dass man uns sieht, wo sie sagen, jetzt angreifen oder sowas, dass wir alle unter Deck rennen? Dass sie denken, es ist ein totes Schiff? Ist langweilig? Und dann sagen sie nicht von wegen übernehmen, weil wir kleiner sind? Ja, das können wir natürlich machen. Aber keiner sieht, wann wir vorbei sind. Aber ich meine, du siehst ja durchs Fernrohr, wenn jemand im Steuer ist. Ja, das meine ich halt nicht. Es ist halt echt so, wenn du siehst, von wegen da hinten, hinter den Wellen sehe ich halt irgendwie so den Mast, plötzlich aus den Wellen gucken, oh da kommt was. Und dann alle unter Deck und hoffen halt einfach mal zehn Minuten, wir eiern vorbei und denken, oh das ist ja nichts, das ist ein totes Schiff. Ich weiß nicht, ob es tote Schiffe gibt bei Sea of Thieves oder ob die despawnen. Einfach nur eine Taktik. Ein anderer weiß das ja auch nicht, der dann da steht und denkt, was ist das? Die spielen also Geisterschiff. Die Frage ist, ob wir uns damit nicht attraktiver machen, wenn sie zehn Minuten ein Schiff beobachten und denken, da ist überhaupt keine leichte Beute. Naja, aber wir bewegen uns ja schnell im Sturm, oder? Achso, wir treiben einfach im Sturm. Genau, wir sehen halt von wegen da ist Mast. Ich glaube nicht, dass uns jemand in den Sturm folgt. Ja. Also ich, das halte ich, aber ich glaube, das halte ich auf einem kleinen Schiff sowieso für ein unwahrscheinliches Szenario, dass irgendein Kapitän sagt, wir folgen jemandem in den Sturm. Weil, ja. Aber, also die Kleinen haben ja Bu-Kanone, die Großen nicht. Ich glaube, ich meine, so ist das ja. Also wir könnten halt auch die angreifen, schnell. Ja. Auf die zu, sofern das der Sturm zulässt und wir nicht in Zickzack angreifen müssten. Ja, wir brauchen natürlich, also wir müssten natürlich dann ein Schiff versenken, die schneller ihre Lecks flicken können. Ja. Aber ja, wir, also mit jedem. Also die ganze Zeit drauf zu, immer Bu-Kanone, Bu-Kanone, Bu-Kanone. Also mit jedem Treffer geben wir ihnen natürlich auch einfach eine unnötige Arbeit, die sie sich im Sturm eigentlich nicht leisten können. Genau. Und dann, wenn wir sagen, jetzt ist der Abstand so, dass wir eine Wende machen, dann aber so wenden, dass wir halt dann auch wieder vor den, also auch auf Bugrichtung sind und Bayerwende schießen wir nochmal mit unserer. Backbord- oder Steuerbordkannone, nachdem wo wir sind. Ja. Um dann halt einfach zu verschwinden. Ja. Die Sache ist aber egal, wenn wir, also eine Richtung hin oder zurück muss Zickzack sein. Also eine Richtung muss gegen oder seitlich der Wind, das kann ja auch sein, dass wir die ganze Zeit seitlich vom Wind, das war halt irgendwie so. Ich glaube, ein bisschen Fahrt kriegst du immer. Ein bisschen Schwund ist immer. Nee, nein, ich glaube, du kriegst halt mehr Fahrt, wenn du die Segel in den Wind drehst, aber die Fahrt ist nicht komplett weg, wenn du gegen den Wind bist. Oder fast gegen den Wind. Also genau gegen den Wind gibt es hier, glaube ich, auch volle Fahrt, aber ja. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, wie wir denn das Schiff aussehen lassen. Wer die Frau an Bord ist, wie lieb. Ja, das wollte ich gerade sagen, das ist doch so klar. Er ist immer laut, plärrt immer rum, die ganzen Klischees. Dieser Podcast wird dir präsentiert von den 50er Jahren. Ich wollte gerade sagen. Ja, weil ihr weißt, wie das Schiff aussieht. Ja, man kann ja irgendwelche Verschönungen da kaufen oder man sagt von wegen, das ist jetzt halt einfach eigentlich russikal und schön. Ja, würde ich schon sagen, da würden wir einen Jahresgehalt jeder reinstecken. Wir machen jetzt nicht so einen Quatsch wie irgendeine Flaggenfarbe oder so. Nee, aber ich meine, wenn wir so einen großen Penis als Galleonsfigur hätten, das wäre mir schon lieb. Da würde ich, also. Kennst du diese Werbung mit den irgendwie Erektionsstörungsblablabla und wo dann, was ist das? Das ist halt so mittelalterlich und es sieht dann halt aus wie so ein großer Rambock, die dann halt irgendwelche Soldaten schieben. Und dann wird dann halt zum Schluss klar, das ist halt dann so ein großer Rampenis, der aus Holz ist, aber halt komplett vorne gebogen schlaff so. Und dann irgendwie der Kommandant von, er müsste ja jetzt zusammenreisen, jetzt geht's um alles. Und irgendwie, oh, jetzt sich so einen Druck aufbauen. So, ja, diese Spannung, das kann ich jetzt nicht. Spannung, jeder fängt da halt an, so zu zetern. Dass er jetzt das Gefühl hat, er muss jetzt volle Manneskraft bringen und das ist für ihn ja auch ganz schön anstrengend und so. Und dann, nee, heute jetzt mal nicht. Und ziehen das Ding langsam so zu weg und das wackelt halt beim Zurückgehen immer schön am Köpfchen. Und dann stehen so eine Erektionsstörung. Und dann habe ich gesagt, dieser Spot, weil die halt auch alles so richtig hart verwegene Männer, da hätten wir so gut reingepasst. Und wir hätten es auch echt permanent kaputt gelacht. Allein schon, wenn sie uns einen riesigen Penis in die Hand gegeben hätten. Ja, das war so groß, das musste man schieben, das Ding. Könntest du jetzt in die Hand. Kenn ich. Ja, wie gesagt, 50er-Jahre. Ja, aber ich glaube, also schon. Du hättest gerne als Galionsfigur einen erregierten Penis oder hat einfach so einen ganz gemütlichen, hängenden Penis. Och, das wäre natürlich schön räudig, ja. So richtig, die auch so ein bisschen im Wind. Und so alte Hoden, die auf der Wasseroberfläche leicht aufsetzen. Und dann siehst du so zottelige Tauen, die dann so Sackhaare sind. Die dann immer im Winter mal kurz hoch und dann flatschen die wieder runter. Die MS-Bommel. Ich hätte Cockedildo gesagt. Das ist die Hering. Ja. Das wäre ja ganz gut. Ja, aber das Lustige ist, wir haben die ganze Zeit so getan, als ob unsere ganzen Manöver und alles, was wir sagen, als ob unsere Crew das halt irgendwie sang- und klanglos mitgemacht hätte. Was ja wohl nicht im Ansatz der Fall gewesen wäre. Das hätte ja, also ich würde ja behaupten, dass schon bei der ersten, was war denn die erste schwierige Sache? War das schon der Kraken? Alle müssen an Deck kommen und wir müssen das Schiff irgendwie aus dem Hafen kriegen. Ach so, ich hätte jetzt gedacht, den Angriff von dem kleineren Boot. Ach nee, das war ja beim Kraken. Ich glaube, beim Kraken gäbe es eine Diskussion, dass jemand, nee, mach doch so, nee. Wieso, man jetzt macht den, du musst doch die irgendwie. Nö, Tierschutz. Das gibt es jetzt, glaube ich, nicht bei uns. Kann man einer nachschlagen, wie man gegen den Kraken kämpft? Ja. Bringt doch nichts. Hab ja schon zweimal geschossen. Wie heißt das Spiel nochmal? Ich google gerade. Philippe, lad einfach nach und im Feuer nochmal. Wie lade ich denn nach? Wo sind die Kanonenkugeln und die Kanonenkugeln? Kann doch nicht sein, dass ich eine Kugel, Kanonekugel in meiner Hose habe. Das ist so lächerlich. Ich stecke jetzt in der Kanone, muss ich von hier aus nachladen. Oh, geil. Was wäre denn das? Man landet auf dem Kraken und zieht dann den Säbel. In der Luft. Ich meine, aber gibt es so was, so ein Szenario, das hat es jemand probiert? Andere Schiffe kannst du so angreifen. Ich glaube, gegen den Kraken funktioniert das nicht. Ja, was ist denn, wenn du in der Kanone bist? Du sagst davon wegen, Krakenmodus, nicht in die Kanone steigen. Ich weiß nicht, ob du, ich glaube, du prallst einfach gegen und singst dann ins Wasser. Das ist ja auch schön mystisch gemacht, wenn man wiederkommt und dann durch dieses. Das ist ja auf der, auf der, auf Davy-Jones-Schiff quasi. Genau. Aber es gibt auch diese, wie heißen denn diese komischen Geister im Wasser da, diese mit Brennen, wo man auch mal spawnt. Sirenen? Sollen das Sirenen sein? Ich weiß es nicht. Aber die sehen auch mal total gut aus. Ich glaube, wirst du nicht irgendwann von Seemännern angegriffen, also von Mermen angegriffen? Mermen. Orcas. Überall sind Orcas. It's a Mermen. Ich habe doch vorhin eine Nachricht gekriegt. Ja und? Nee, ich habe keine Nachricht gekriegt. Ist gelöscht. Nee. Zurück in Nachricht zurückgezogen. Es gab einen Vorschlag für ein Foto. Kennst du auch immer, dass dein Handy hier vorschlägt? Guck mal, wie ich da vorhin. Schimm mal ein Foto von deinen Füßen. Das habe ich neulich gesehen, so eine Kletterin, die ich auf Instagram folge, hat eine Nachricht geteilt, wo sie meinte, jemand hat sie gefragt, ob sie ihm Socken schicken kann, die sie beim Klettern getragen hat. Es ist für ein Schulprojekt, es geht um Bakterien an Frauenfüßen. Yep. Yep. Hat sie aber gemacht, oder? Ja, klar. Naja, gut, ne? Wir sind eine Stunde drin. Ich glaube, das bräuchten wir, um aus dem Hafen rauszukommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie meine Frage war. Wir uns bei Sea of Thieves schlagen. Ja, so würde ich es auch einfach mal umreißen. Mit der groben Kelle gemalt. Ja, würden wir uns denn permanent in die Haare kriegen? Ja, sicher doch. Darum geht es doch im Spiel. Darauf basiert hier das permanente Zusammentreffen von diesen anderen Jungs. Darauf hebt er sein Glas. Wie bei Overcooked. Das funktioniert halt nur, wenn man sich die ganze Zeit auch gegenseitig auf den Füßen steht und Aufgaben entweder nicht oder doppelt gemacht werden. Ich mache immer die gleiche Aufgabe und irgendwann sagt mir auch keiner mehr, dass er was anderes machen soll. Und dann sage ich irgendwann nur noch, was ich immer gemacht habe. Weil jeder mit seinen Aufgaben beschäftigt ist, ist das schön daran. Nee, ich meine, aber du machst immer tausend Sachen oder dirigierst beim Machen noch andere Dinge. Brownie versucht das noch abzudecken und ich sage, ich habe Fleisch gemacht. Ich habe Fleisch gemacht. Das ist das Mark Brown, so ein Videospielanalyst, der redet so in einem ganz charmanten Video über Overcooked, wo er meint, das Schöne daran ist, dass die Level währenddessen andere Aufgaben erfordern. Und du einfach, also du kannst am Anfang eines Levels kannst du sagen, jeder macht dies und das, aber dann passiert irgendwas und dann wechseln die Aufgaben, die Leute ein bisschen andere Dinge machen. Und das macht es halt so unvorhersehbar und so amüsant. Ja. Daniel sagt immer der Level. Der Level. Der Level. Also jetzt würde ich jetzt spontan, wenn ich drüber nachdenke, müsste ich sagen, die Level. Echt? Ich hätte jetzt das Level gesagt. Die Ebene. Ach so. Als Übersetzung. Ja. Ja, aber englische Lehnwörter haben im Deutschen das Geschlecht der Übersetzung. Okay. Also deswegen ist es das girly. Und so. Also das ist immer das beliebtes Beispiel. Aber gut. Vielleicht ist das Level auch schon so eingedeutscht. Oder fällt gerade nicht ein, was wäre denn die andere deutsche Übersetzung mit das? Der Ebene. Naja. Wie dem auch sein mag. Ihr findet uns auf eurem Sea of Thieves Server. Findest at gmail.com. Findest a pod auf Twitter. Findest a pod auf YouTube. Oder Podcast-Apps, die nicht Spotify sind. Außer Spotify, denn wir kriegen keine Bestätigung. Und jetzt spielen wir noch eine Runde Hi-Vo. Hast du das? Ja. Cool.